Päckchen Notizbuch Reyes To-Do-Liste Er finde Spuren, dass Dad nicht das Feuer verursacht hat Gelang ins Innere der Kissenfabrik Besorgen den Schlüssel zur Kissenfabrik Und natürlich die 20 weiteren Staubkörner Wir haben aber da erstmal das Paket Das können wir öffnen und schauen mal, was da drin ist Ja, es ist mein Vater's watch Es ist mein Vater's alte Pocketswatch Aber es ist gebrochen Und nur ein Professioneller wird es ablehnen, zu fixieren Wo wir diesen Profi finden, nämlich in der Gefängniszelle Des Büro des Sheriffs Repariert Dads Uhr Alles klar Dann schauen wir mal zu Ray Hier haben wir auch Ein Notizbuch Stehle das Geheimnis der KI der Kissenfabrik Jetzt wird's echt spannend Brech in die Kissenfabrik ein Okay Besorgen den Schlüssel zum Tor der Fabrik Und die 20 Staubkörner Ist ein Träfnis zu mir Okay, dann öffnen wir das mal Perfekt Das sieht mega verstörend aus Was ist das? Es ist ein sehr verrückter Werkzeug Ich bin sicher, es hat einen sehr wichtigen Verwendung Nach dem Ende des Spiels Okay, das ist aktuell vollkommen uninteressant Offensichtlich Bis zum Ende des Spiels Dann wird's den Den Plot Twist Vorursachen Ich sehe es schon Komm Was ich eigentlich machen wollte Ich wollte eigentlich mit Dolores weitermachen Ich kann es nicht helfen Aber fühle ich mich Es gab etwas Ansonsten Ansonsten Er war ein bisschen Eccentrik Aber Deep down Er war immer ein Wichtigter und Wichtigter Ansonsten Aber In den letzten paar Jahren Er wurde Obsessed Und Mehr als usual Mit Der Pillowfaktor Ich muss Inzunehmen Und Versehen Ob Irgendetwas In seinem Olden Office Hilfen Ich Des Testament Zu öffnen Und Die 20 Staubgörner Aber Wir gehen Jetzt Erstmal In Diese Tür So Fingerprint Readertron 3000 Und wir haben hier Sein Checkregister Wir können doch Bestimmt Den Ruß Mit dem Checkregister Benutzen Was Ach komm schon Ich dachte Wir kriegen Hier die Fingerabdrücke Von Unserem Unge Chuck Checkregister Ich werde Dieses große Checkbuch um Welches Werkzeug Oster Skop Ist Unge Chuck Custom Built Multiband Oszilloskop mit Phase Memory Monitoring Es Spezial Tool To Remove Vacuum Tubes In TX AT Klasse Können Wir Den Das Wurde Es Wurde 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 Mann Ich Wurde Mir Hier Von Irgendein Teil Hier Die Die Finger Können Wir Nicht Einfach Das wird Ein großer Müll Mist Das wird Ein großer Müll Das ist Locked Aber Es ist ein Fingerprint Reiter Okay Wir brauchen Mal Die Liebe Reyes Äh Die Liebe Ray Sorry Und Zwar Mit dem Finger Ablust Set Ich Okay Das Können Ja Ich Gehen Es Aus dem Kit Okay Und zwar Gehen wir Jetzt Einfach Mal Hier Auch Mal Zum Menschen Menschen Zum Edmund Menschen Menschen Ein bisschen Schneller Vielleicht Dankeschön So Einfach Reingehen Gehen Die Dohrbell Okay All right You Can Come In Been Remodeling With Mir Ost Shovel Loads Of Halls Around I Have No Idea What You Just Said Okay Then I Be Back Okay Wir Kommen Nicht Rein Aber Wir Kommen Mit Delores Raus Aber Ich Fürchte Wir Werden Das fingerabdruck Setten Nicht Aus der Hand Geben Dieser Dieser Zack Der Macht Mich Wahnsinnig Der Ist Überall Wo Wir Auch Sind Überall Wo Ah Hier Äh Nein Gib Ruß An Ray Sure I'll Carrier Crap So Die Kann Dann Nämlich Benutze Ruß Mit Perfekt Können Wir Das Abdruck Set Hergeben Wir Wir Das Für Agent Business Okay Wir Müssen Irgendwie Als Ray Irgendwie In Dieses Menschen Rein Um Die Fingerabdrücke Von Chuck Zu Kriegen Oder 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 Keine Ahnung Ich Muss Mal Ganz Kurz Okay, also das Werkzeug, das hier sehr, sehr stranch aussieht, hat wohl eine sehr wichtige Bedeutung zum Ende des Spiels. Gut. Das passiert. Oh, oh, I'm, you know, really dead. It's just starting to, you know, sink in. I'm never going to hold my Dolores again. I never told her how proud I was of her for getting that job designing games. I was, you know, too afraid of what Chuck would think. Now I'm dead. I don't remember who killed me or why I'm trapped in this hotel. I need to find a way to escape from here. There has to be a way out. A magical book or a spell? Oh, Franklin, now you're going insane. That only works in games. Und wir sind in dem Spiel und wir haben ein Buch. Das Buch der Toten. Aber dazu brauchen wir ein Altar. Die Buchholiste. Ja, wir besuchen Chuck's Kopf zum Abschluss. Und Flüchte in das Jenseits. So. So. Wir kriegen wahrscheinlich trotzdem nicht die Möglichkeit, jetzt einfach ins Penthouse zu fahren. Das wäre jetzt viel zu einfach. Aber wir probieren es natürlich gerne trotzdem mal. Ich kann es nicht mehr mit dem Bordern zu beantworten. Geh mit mir jetzt. Okay. Ich bin nicht sehr gut mit mit, mit, you know, Stranger. Aber ich werde es versuchen. Also, Clara, wie ist das Leben so als, naja, Geist? Wieso bist du immer so, nun ja, aufgeregt? Dürfte ich, äh, vielleicht in das Penthouse gehen? Wir fangen natürlich um an. So, Clara, what's life like as, what, you know, a ghost? For starters, it's not life. Of course, but you know what I mean, right? What's it like? It's like being a ghost. Wow. You don't say. Du bist ja sehr gesprächig, Clara. Krass. Äh, naja, wieso bist du eigentlich immer so aufgeregt, nun sag mal? Wieso bist du so, you know, aufgeregt, all the time? Das ist unfair. Ich bin nicht aufgeregt, all the time. Ich bin nur ein bisschen hungry right now, und das macht mich angreng. Das passiert mir auch, da muss ich ein Wort für das sein. Was können Geister, you know, essen? Als Geister ist es schwierig, zu finden, was wir essen können. Meine besondere Schwierigkeit hat immer ein Eis-Cream-Cake. Aber ich bin in diesem schlussischen Elevator, und ich kann es nicht mehr bekommen. Was würdest du denn gerne essen, ich kann es bestimmt für dich besorgen? Was würdest du, you know, zu essen? Ich bin eher gefühlt von Eis-Cream-Cake. Aber Xavier sagt, ich kann es nicht mehr bringen. Aber ich könnte dir doch welchen bringen. Aber was Xavier angeht, dürfte ich ihn eigentlich mal im Penthouse besuchen gehen? Könnte ich, you know, please go to the Penthouse? Nein. Hmm, please. Nein, du bist nicht mein Freund, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich nichts weiß. Tschüss. Tschüss, Clara. Okay, dann haben wir hier gelangendes Petters, finde, was zuerst für Clara. Das machen wir noch glatt. Und wahrscheinlich in der Lobby. So, unten angekommen. Dann geht es auch schon hinaus. Und jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwo Eis-Creme-Kuchen finden. Zufälligerweise steht hier... Ich frage mich, was der Gast jetzt anwesend ist. Keine Reaktion, hm? Weird. Es gibt keine Wasser, die ich vielleicht nur ein Halt finden müsste, um zu schrauben. Das benutzt nicht Elektrizität. Okay, gut. Thimbleweed Park, der zweites größte Nerd- und Geek-Konvention. Hör auf K-Scum, um freie Thimble-Con 87-Tickets zu gewinnen. Hör auf da rein! Sie haben sie noch nie in der Buch-Version getroffen. Hilfe, ich bin ein Geek-Kuchen. So was Absurdes. Ja, ja, Zeitplan. Schauen wir uns den mal an. Willkommen zu Thimble-Con 87. Nachher heute Abend, Ransom-The-Clown-Look-Alike-Kontest. Big Preise. Hör auf K-Scum, um freie Thimble-Con 87-Tickets zu gewinnen. Willkommen alle Geek-Kuchen. Thimble-Con 87 ist jetzt abend. Alles klar. Gut, dann schauen wir doch wirklich relativ sehr, sehr, sehr bald da rein. Comics! Ein Dollar das Stück. Kentien. Was haben wir hier denn? Der liebe Brandt. Pew, pew, pew! Alter. Roboterpirat. Rechtsberatung Cosplay. Was haben wir hier noch so? Comics und Bücher. Hier haben wir Batman! Okay, können wir nicht reden. Ken Jones haben wir hier noch. Ein Marsianer. Schauen wir mal ein bisschen um. Ein Snack-Auto mal. Flaschenraubeschiffe. Äh, Raumschirmflassen. Sexy Riker. Stiller Spock. Und Gary Winnig. Ein Computer haben wir hier. Dann haben wir hier noch einen Bücherstapel. Puzzle-Abhängigkeitsdiagramm. Haben wir hier vielleicht Eiscreme-Kuchen? Das wäre ein Traum. Geisterkuchen. Hallo, Virtual! Getränke. Ich sehe... Ich sehe... Ich sehe viele Anspielungen. Corey. Dann haben wir hier... Corey. Corey und Corey! Wer hat's gedacht? Ransom... Ransom... Doppeldeppen-Wettbefehrt. Nein, nicht Doppelgänger. Nein, Doppeldeppen. So. Äh, hi, Virgil. Hi, Virgil. Hi, Franklin. Don't let Xavier see us talking and not working. Aber ich habe doch gar keine Arbeit gerade. Dementsprechend kann ich doch reden. Du musst dir nicht antworten. Äh, hast du denn eine Ahnung, wie wir aus dem Hotel rauskommen? Do you know how we can get out of the hotel? Well, I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the Spellbook and offering left for the dead, that is. We all went to Chuck's funeral recently. Were there, you know, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, you know. Except me. I don't know how the Spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. Okay. Könnte ich eventuell etwas Kuchen bekommen? Can I have some, you know, cake? This is a special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you any, unless you have a really good reason. Er ist für Clara. Ja, genau. Der dritte Punkt. Wie wäre es mit, äh, nun ja, also ich bin hungrig. Wie wäre es mit, äh, das sieht so gut aus? Clara hätte so gern Kuchen. Wie wäre es denn mit, äh, 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 mit, äh. Natürlich will Clara, Clara hätte so gern einen Kuchen. Und wir wollen halt einfach nur nett sein. Wie about, Clara said she want some, you know, cake. Für Clara? Das ändert sich alles. Für sie würde ich alles tun. Hier, ein Stückchen. Mach nur sicher, dass du ihr von mir erzählst. Danke, ich mach das. Bis bald, Virgil. Eine neue Coke-Maschine. Hilfe, ich bin ein Geist. Ich bin hier. Das sind Comics, D&D-Manuals und eine Text-Adventure-Hint-Guide. Das ist ungefähr das wichtigste der drei Bücher. Das sind Comics, D&D-Manuals und eine Text-Adventure-Hint-Guide. Eine Kiste. Eine Kiste. Hm, schade. Roboter Pirat. Er bekommt einen Charakter aus einem neuen Adventure-Game, genanntem Robot Island. Hm, Ken Jones. Hilfe, ich bin ein Geist. Okay, hat nicht viel gebracht, aber zum Marsianer-Kimmer gehen. Sieht aus wie Marvin's Cousin Gary. Alles klar. Raumschiffe in Flaschen. Teeny-tiny Spaceships in Bottles. Können wir da mit dem sexy Rider ein bisschen quatschen? Boo. Das hat ja nicht so viel gebracht. Können wir schön eigentlich... Bücherstapel. Bücher auf UFO-Animationen und Puppen. Ja, Hunde-Babys, das Wichtigste. Hallo, stille Spock. Ich bin gerade hier. Ein Schild. Ein Schild über die Verständnis der Informationen in den Büchern.